Warum wärst du oder wärst du nicht gerne unsterblich? Ich wäre absolut überhaupt nicht gerne unsterblich. Nein, dann gibt es hier keine Erde mehr, weil wir die hier so kaputt gemacht haben. Und dann sind wir eben nicht. Vor allem, du lebst ja immer weiter und weiter und weiter. Es gibt kein Ende, aber es muss ein Ende geben.